Hallo zusammen, hier ist wieder Andy vom eKiwi Blog und ich habe eine Anfrage bekommen zu einem Netzwerk Thema und das wollen wir hier mal ein bisschen behandeln. Die Frage ist, kann es sein, dass Netzwerk über Kabel langsamer ist als WLAN? Weil meistens ist es so, ich höre von den Leuten immer, dass wenn es um Netzwerkverbindungen geht, dass dann oft gesagt wird, ja, nimm auf jeden Fall Kabelverbindung, das ist schneller und zuverlässiger als WLAN. Und in vielen Fällen stimmt das auch. Ein Kabel, das kann halt nicht gestört werden, sondern einfach, es ist auch in der Regel schneller als ein WLAN, je nachdem wie weit ich halt auch von meinem WLAN Hotspot weg bin, aber eben nicht immer. Und zwar, konkretes Beispiel war jetzt hier ein Fire TV Stick, da wurde dann ein Speedtest gemacht und da war dann der Speedtest über das WLAN schneller als über Ethernet über Kabel. Und normalerweise sollte man ja annehmen, wenn ich da ein Kabel verlege, dann ist das darüber auf jeden Fall schneller. Ist aber nicht immer der Fall. Der Grund liegt darin begründet, dass Netzwerk nicht gleich Netzwerk ist. Wir schauen mal kurz in Wikipedia rein. Es gibt nämlich beim Ethernet gibt es verschiedene Geschwindigkeitsklassen. Ganz früher, damit das wird man heutzutage nicht mehr antreffen, war 10 Megabit Ethernet. Das waren dann hier auch teilweise solche kruden Kabel hier. Aber was man heutzutage noch trifft, ist dieses 100 Megabit Ethernet, das Fast Ethernet oder eben das Gigabit Ethernet. Und je nachdem, was euer Gerät dann an der Stelle kann, wenn es nur das Fast Ethernet kann, dann ist eben bei 100 Megabit pro Sekunde Schluss und neuere WLAN Standards sind dann deutlich schneller als diese 100 Megabit. Wir können mal gucken hier beim Fire TV, dem Fire TV Cube hier mit 4K Ultra Streaming Media Player. Der kann nämlich Ethernet, da wollen wir jetzt gleich mal schauen. Das heißt, wir können einfach ein Ethernet Kabel anschließen. Hier steht auch was von vollständiger Ethernet Unterstützung. Das klingt doch schon mal sehr gut. Wenn wir aber genauer mal hinschauen, hier in die technischen Daten, dann finden wir hier unten, dass das Ganze hier über ein Ethernet Adapter realisiert wird und in Klammern steht da 10 100. Und das ist nämlich genau diese Einschränkung von diesem Ethernet Adapter, dass der maximal 100 Megabit pro Sekunde schaffen kann. Wohingegen wir hier bei WLAN hier die neuesten Standard unterstützen, hier mit 8, 0, 2, 1, a, b, g, in, a, c, mit Dualband WLAN, mit zwei Antennen MIMO und das ist dann deutlich schneller als jetzt hier das Kabel. Und das ist dann im Prinzip auch die Erklärung, warum das dann da langsamer ist. Es wird keinen großen Unterschied machen beim Streaming, weil die 100 Megabit dann natürlich vollkommen ausreichen. Aber das ist der Grund, warum es dann an der Stelle langsamer ist. Ihr könnt es übrigens auch in Windows mal überprüfen, wie schnell ihr angebunden seid. Ich bin jetzt hier mal mit meinem Server hier verbunden und da könnt ihr auch mal Rechtsklick auf das Startmenü machen, Netzwerkverbindungen aufrufen und dann hier auf die Eigenschaften der Ethernet Verbindung klicken. Also ich bin hier klassisch mit Ethernet verbunden. Im Taskmanager sieht man hier auch Gigabit Network Connection. Wie schnell es dann wirklich ist, sieht man dann hier in den Einstellungen, wenn man hier nach unten scrollt, Eigenschaften 100 Megabit. Ah ja, okay, 100 Megabit. Das ist aber dann kein Gigabit, sondern das ist eben dieser langsame Standard. Da kann man dann, falls das der Fall ist, einfach mal in die Fritzbox hineinschauen, falls man sowas hat, hier unter Netzwerk, Netzwerkeinstellungen, dann hier nach unten scrollen und hier gibt es eine Einstellung und zwar gibt es hier den Power-Mode und den Green-Mode für die LAN-Ports. Und der Power-Mode steht auch schon hier, der liefert dann 1 Gigabit pro Sekunde und 100 Megabit pro Sekunde liefert der Green-Mode. Der soll dann am Ende so ein bisschen Energie sparen. Falls das eingestellt ist, hier dann einfach auf Power-Mode umschalten. Wirklich viel spart man da nicht. Ich habe mal irgendwo so einen Artikel im Internet gelesen, dass das sehr, sehr wenig ist, was da eventuell eingespart wird und also eigentlich diese Einstellung eher sinnlos und standardmäßig ist inzwischen hier auch der Power-Mode immer aktiviert. Ich mache jetzt hier mal übernehmen. Dann wird hier wahrscheinlich gleich die Verbindung mit wegfallen und dann gucken wir gleich noch mal hier rein. Schauen wir mal die Verbindung. Ja, sie reagiert schon nicht mehr. Das heißt, wir müssen uns jetzt hier mal neu verbinden. Okay, ich bin neu verbunden. Gehen wir dann hier noch mal in die Eigenschaften hinein vom Netzwerk und dann sehen wir es hier, dass durch den Power-Mode jetzt hier auch diese 1000 Megabit pro Sekunde aktiv sind. Die Geschwindigkeit ist dann schneller. Das heißt, wenn ihr feststellt, dass eure LAN-Verbindung langsamer ist als WLAN, dann guckt wirklich mal nach, welchen Geschwindigkeitsstandard ihr da habt bzw. welcher da unterstützt und eingestellt ist. Wenn es eben nur diese 100 Megabit pro Sekunde sind, dann ist die Chance sehr, sehr gut, dass WLAN an der Stelle schneller ist. Beim Fire TV würde ich jetzt sagen, da ist es im Prinzip egal. Da hat man dann, wenn man über Kabel verbunden ist, ist halt den Vorteil, dass es so keine Störungen geben kann, dass es egal ist, wie weit ich sozusagen von meinem Hotspot weg bin. Gerade dieses 5 GHz WLAN, das hat ja nicht diese große Reichweite. Aber man sieht, dass eben das WLAN auch nicht mehr so wirklich langsam ist und gerade hier diese Ethernet-Adapter über USB, die haben halt oftmals nur diese 100 Megabit pro Sekunde. Das war es in diesem Video. Alles gibt es auch noch mal zum Nachlesen auf unserer Homepage ekiwi-blog.de. Link packe ich dann auch unten mit rein. Da gibt es dann hier noch mal einen Artikel, da könnt ihr das dann alles noch mal nachlesen. In diesem Sinne sage ich Tschüss und auf Wiedersehen. Euer Andy vom ekiwi-blog. Vielen Dank.